Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu LPT Minecraft mit dem Spider-Maniac, der mal wieder nicht da ist. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin da und doch nicht da. Oh, du bist überall. Ich bin ein Mysterium. Hallo Leute. So, ich bin immer noch in der Hülle auf jeden Fall unterwegs. Such immer noch. Ja, es ist ja gerade hell geworden und ich gehe jetzt schnell neues Stein holen. Neues Stein holen. Hier drin ist immer noch Duster. Und vor allem, ich muss jetzt dann eh demnächst raus, weil ich habe bald keinen Spitzhack mehr. Und ich habe ja nur die eine mit, für die, die es nicht wissen. So. Und nur die eine. Es wird auch nur die eine geben. In einer Beziehung mit einer Spitzhacke. Dieser beiden Seiten spitz. Oh. Oh Gott. Nein. Was denn? Nicht tun. Okay. Spitzhack geputzt. Ei. Das war's. Bis der Tod entscheidet. Hättest du reparieren können, ne? Ich habe keinen Amboss. Ist doch Schwachsinn. Ich glaube, das Reparieren kostet zwei Eisen und der neue kostet drei. Ja, aber wenn du jetzt eine verzaubert, der Haft zum Beispiel. Ja, das würde ich auch nicht machen bei einer Eisenspitzhacke. Wieso? Kann man das auch machen? Klar. Kann man die auch komplett... Wäre natürlich nice, ne? Kann man tun, ja. Soweit ich weiß zumindest. Ich bin ja jetzt hier kein Minecraft-Projekt. Ich will es ja unbedingt auch machen. Ich weiß aber auch nicht, wie es geht. Ich muss da erstmal den Zaubertisch bauen. Das habe ich ja jetzt vor. Und ich muss noch Bücherregale bauen. Also verzaubert habe ich schon mal. Aber wie gesagt, nur auf der Playstation. Und ich habe mir auch noch nie Tränke gemacht selber. Also das wäre auch noch interessant. Obwohl es ja gar nicht mehr nötig ist. Weil behutsam brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Weil mittlerweile kannst du den Glowstone ja abschlagen. Der lässt ja dieses Glowstone-Pulver fallen. Oder Staub, wie es heißt. Glowstone-Staub. Und... Aus dem kannst du ja dann wieder Glowstone craften. Ja, aber... Und das ist meistens sogar mehr, als wenn du es so abbaust. Außer wenn du mit Glas, ne? Dann hast du natürlich ein Problem. Also Glowstone-Staub kommen maximal vier pro Block raus. Ja, und du brauchst dann noch vier. Und du brauchst vier, um einen Glowstone zu craften. Aber es kommen nicht immer vier raus. Also umso öfters... Also ich hatte letztens irgendwie, wo ich mit Ines in Neta war. Aber in unserer Welt. Die keiner kennt. Außer Ines und ich. Da hatten wir... Ich glaube ich 56 Glowstone. So viel haben wir definitiv nicht abgebaut. Und sogar noch ein bisschen was übrig. Also wenn du mit einer normalen Spitzhacke abbaust, kommen ein bis vier Glowstone-Staub raus. Also das wird umso öfters du abbaust, wird es weniger. Und deswegen ist die Behutsamkeitsspitzhacke gut. Und vor allem würde ich auch eine auf Höhlenturen mitnehmen. Weil wenn du zum Beispiel Kohle sammelst, oder Redstone, dann kriegst du ja auch pro Block irgendwie drei oder vier raus, glaube ich. Nee, die Behutsamkeitsspitzung kannst du das komplett abbauen. Dann nimmt man den ganzen Block mit, genau. Genau, und dann könntest du noch eine andere verzaubern mit Glück, glaube ich, ist es, ne? Und dann kriegst du ja mehr raus. Wenn es denn noch so ist, ne? Ist auch interessant für Levelfarmen, weil wenn du dann mehr rauskriegst... Ich glaube, die Level werden auch automatisch schneller mehr. Ja, klar, wenn du ja mehr kriegst, wenn der ist pro Kohle-Dings... Ist ja pro Block, nicht pro Kohle, den du einsammelst. So, jetzt müsste die Spitze gleich auch wieder kaputt gehen. Jo, der ist ja schon kaputt, dann komme ich wieder zurück. Ich baue dir eine Eisene. Eine Eisene? Ei. Wenn ich denn etwas an Holz hätte hier. Ich habe noch was in der Kiste, glaube ich, oder? Ja. Hui. Was macht sie denn da? Ich springe über die Blöcklinge, indem ich renne. Über Stock und Stein. Ja, hui. 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 So. Stickies. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Ich bin mir da ja nie sicher, ne? Ich habe immer das Gefühl, ich verlaufe mich. Ich muss hier echt mal... ...Fackeln setzen. Okay. Hm, das könnte ich noch brauchen. Ich muss nur gerade auslaufen, das ist auch geil, ne? Du musst auslaufen? Ja, ja. Ich muss nur gerade... Ich muss nur gerade auslaufen. Ich dachte, ich muss nur gerade... Gerade... Gerade. Aus. Aus. Gerade. Gerade. Geradeaus. Aus. 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 Aha. Ich dachte, was für eine Eisenspitzkarte? Was ist die denn? Ja, warte. Ich bin noch nicht bei dir. Nicht... Nicht in meiner Küste. Ähm... Den Eimer hast du schon mit? Nein. Habe ich alles bei dir gelassen, weil ich hier noch nicht... Noch nicht... Noch nicht brauche. Okay. Ich bin dann noch nicht... Noch nicht... Dann auf den Weg. Hallo. Waaah. Dass du wieder stirbst, ne? Nein, mit Absicht. So. Dann kommst du dir mal her. Was für das denn jetzt noch? Ah! Pass auf jetzt! Das sieht total bescheuert aus. Jo, sieht es auch. Die Schuhe sind die besten. Der Helm ist am besten von dem hier. Also bei mir sehen die Arme trotzdem cool aus. Also auf meinem... In meinem Skin. Ich fühl mich sexy. Sie... Oh. Sieht mich an. Oh. Oh. Hm. Du zerstörst das Bild. Ja. Oh la la. Machst du mir auch eine Hose, wenn ich endlich eine anhabe? So viel Eisen war noch nicht geschmolzen. Mann! Gut, dann mach ich da mal weiter, ne? Ich guck noch mal nach dem Eisen. Ich brauch Essen. Ich hab nur noch zweieinhalb Brote. Ich hab nur noch vergiftetes Zeug. Woher hast du Brote eigentlich? Ach, das ist mal eine Anzeige hier, Mensch. Ich hab auch kein Fleisch mehr. Ja, fail. Müssen wir die Kuh hier schlachten. Die einzige. Die einzige, die wir haben. Ne, wir müssen unbedingt immer mal Kühe fangen hier. Weizen hast du ja gesagt, ne? So. So. Feldumrandung fertig. Jetzt könnten wir theoretisch Wasser reinlaufen lassen. Jetzt hab ich einen Eimer. Weißt du, wie oft ich jetzt hin und her laufen muss? Gott sei Dank ist das Wasser. Ja, dann mach dir eine Quelle. Hier ist doch Wasser. Direkt hier vorne ist doch Wasser. Ja gut, dann beschwere dich doch nicht. Ja. Mach ich doch gar nicht. Aber du könntest dir sonst auch eine Quelle machen. Beziehungsweise brauchst du ja nicht mal wirklich. Du hast ja direkt eine Quelle da drin. Dachte ich mir bei dem Let's Play schon, wo ich das gesehen hab. Ja, du hast ja dahinter im Feld. Oh, hast du das gesehen? Oh, ist das süß. Ey. Was hast du denn jetzt gemacht? Oh. Was ist das? Achso, du hast mir Schuhe gemacht. Ja, toll. Neun. Ja. Jetzt seh ich aber richtig scheiße. Immer noch nackte Beine. Ja. Oh mein, du wirst es in... Ja, sexy. Für mich hat's nur soweit gereicht. Ja, Gott sei Dank. Guck dir meinen Helm mal an. Ja. Ein sexy in der Nürnzend. Ähm. Dann müsstest du aber den Helm abziehen, weil da passt der Afro nicht drunter. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt aus. Und jetzt habe ich noch Schuhe gemacht. Das heißt, jetzt haben wir noch vier Eisen. Das heißt, dass ich definitiv mich bald um ein neues Texturenpaket bemühe, weil das geht gar nicht. So, ich habe übrigens zwei Schwerter gemacht. Ja, dann lass doch eins in der Reserve. Ich habe insgesamt vier, glaube ich, gemacht. Eins habe ich dir ja schon gegeben, oder? Zwei habe ich selber noch und hier ist noch mal eins für dich. So. Na, die alle zwei sollte ein bisschen heben, vielleicht. So. Das sieht irgendwie nicht so gut aus hier, ne? Weil das Wasser hier rauskommt. Vermessen? Naja, geht nicht anders. Warte, vielleicht kriegst du da noch hin. Den müsste ich einfach wegnehmen. Ach, geht nicht mehr. Doch, hier. Ne, geht nicht tiefer. Ist dann halt... Nein, ja. Ja, so ist besser. Danke. Kein Ding für den King. Ähm, es wird schon wieder dunkel. Ja, noch ist es ja nicht dunkel. Noch ist ja geht so, ne? Also haben wir jetzt eine Rüstung und Eisenschwerter. Ich mache mein Steinschwerter, ist noch kaputt. Hat auch nicht mehr lang. Ich auch. Ich bin da irgendwie sehr sparsam. Ich gebe auch meistens, wenn ich mir am Anfang eine Holzspitzhacke baue oder so, die schmeiße ich nicht. Die schmeiße ich selten weg. Die mache ich... Die zwei Blöcke, die man damit abschlagen kann, die mache ich dann auch noch. Ja, eben. Ich habe vorhin auch gemacht. So, auf jeden Fall bin ich auf dem Weg zum Bett. Hier könnte ich auch mal ein bisschen zubauen, so falle ich sonst noch öfters rein, wahrscheinlich. Keine Erde mehr. Okay. Ich gehe auch mal zum Bett. Ähm, so. Ich bin drin. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, ich habe schon wieder nur noch drei Brote, ey. Das ist ja furchtend mit dem Essen. Ja, deswegen wird es Zeit, dass wir jetzt was anbauen. Ja, ich bin noch dabei. Ich könnte ja in der Zeit, wo du noch das fertigstellst, schon mal was anbauen eigentlich. Hast du so ein Ding? So eine Sense, was das ist? Nee. Mach eine aus Stein, das reicht. Ist ja nicht groß, das Ding. Die werden wir aber eh auf das brauchen. Ich habe eine... Ja, aber anfallen... Ja, ich habe schon aus Eisen. So. Habe ich noch mal ein bisschen Holz? Braucht ja nur zwei für, ne? Ich habe auch um 14 Samen in der Kiste. Musst du mal bei mir gucken. In meiner Kiste. Muss ich die jetzt holen? Ich bin ja hier am Bewässern, ne? Ach, Mann. Die Frauen wieder. Du wolltest anbauen. Du wolltest anbauen. Du. Ja, natürlich. Ja. Beschwer dich nicht. 17 Weizenkana. Aber wir sollten sowieso möglichst bald dann auf Kartoffeln wechseln, weil die bringen, glaube ich, mehr, oder? Ich glaube schon, ja. Das Einzige, was halt mehr braucht, ist halt das Eisen... Äh, Eisenkohle. Wir können ja beides auch anbauen. Wir können alles anbauen. Du kannst ja hier ein paar... Wir können ja jetzt hier ein halbes Ding, oder ein Drittel mit Weizen machen, ein Drittel mit Kartoffeln, ein Drittel mit Möhrchen. Das ist doch alles kein Ding. Nö? Doch. So, auf jeden Fall stelle ich hier unten mal eine Kiste hin, direkt. Wo dann auch die Harki drin ist. Was ist die Harki? Hake. 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 Nicht Hake. Hake habe ich in der Hand hier gerade. Die heißt aber Hake. Das war falsch. Wie war das? Da gibt es so ein Lied. Ich bin der Farmer. So, ich hoffe, das wird alles bewässert hier. Aber ich glaube. Sieht gut aus bisher. So. Ich glaube, so viel hätte ich eh noch nicht machen müssen. Wir haben gar nicht so viel. Wir sollten da noch Zäune möglichst bald rumbauen, gell? Achso, ich bin jetzt hier mit Eisen, äh mit Stein schon am etwas höher machen. Halt so, dass da nichts draufkommt. So, dann hole ich mal schnell die Möhrchen. Und die Kartoffelchen. Können wir die nicht auch gleich noch mit dran machen. Und gerade die Kartoffeln, die bringen am Anfang echt zu viel. Wieso gehe ich eigentlich an meine Kiste, wenn ich die dabei habe? Ich sollte vorher in mein Inventar gucken. Jetzt habe ich ins Feld gebuddelt. Hast du es gerade gesehen, wie ich den Abflug gemacht habe? Nee. Was ist passiert? Ja, ich bin wieder ein bisschen baden gegangen. Und genau in dem Moment, wo ich runterfalle, sagst du, ups. Ich muss hier gerade mal, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Warte mal. Das muss ja höher, ne? Weil hier sind ja die... Jo, das muss höher hier. So. Wir könnten zur Not auch immer noch die Dorfbewohner ein bisschen mehr ausrauben. Also das ist hier die Wasserrinne, ne? Hier das hier, das ist Wasser. Und hier kommen die Pistons hin. Jo. Alles klar. Dann mache ich das jetzt eben fertig, indem ich mir aber eben noch schnell einstelle. Schaufel mache, weil die sind mich gleich kaputt. Wir brauchen dann eh Redstone. Ich brauche... Ja, ja. Und da muss ich auch Gravelen noch sammeln und die Pistons muss ich noch machen. Ich glaube, die machen wir auch mit Redstone, ne? Ja. Und... Hast du Essen in der Natur? Und Schleimbälle brauchen wir auch. Ne, die brauchen wir nicht. Nein, bei mir... Ich habe das ja schon noch gebaut. Achso, du machst es mit Gravelia. Stimmt, gut. Dann... Stimmt, geht. Ich klaue mir mal den Apfel, den du hier hast. Nein, nicht mein Apfel. Ich bin aber gleich... Ich bin gleich tot. Aus dem habe ich dir schon mal einen Apfel geklaut. Kommst du jetzt mit der Spitzsacke auf mich zu? Ich habe doch gar nichts in der Hand. Ich dachte schon, du kommst mit so einem wütender Mob, kommt der hier auf mich zu, dachte ich gerade. Ansonsten verrottetes Fleisch essen. Ich habe ja gar nichts mehr. Ja, hier. Ach, wie viel hast du... Hast du Zombie-Apokalypse gemacht, oder was? Zehn Hörner, besser als eins. Kann man das nicht kochen? Ist es dann nicht mehr verrottet eigentlich? Ich glaube, das kann man nicht kochen. Kann man das nicht abkochen? Nö, geht nicht. Wieso renne ich eigentlich hin? Du hast doch hier eine Werksbank. Ich habe doch alles dabei. Hast du schon Knochen, oder so? Ja, in der Kiste. So. Ich rette dich. Nein. Den Hasen. Ach so. Warum, was macht er? Der backt hier fest. Der arme Kerl. Das backt der immer noch. Kuchen? Seh's. Der backt ja her. Hallo, du doof. Hier kannst du doch jetzt hoch. Ach, fick dich. Was? Ja. Bist du an deiner Kiste? Ich dachte schon was. Nein, ich bin am Feld. Ach so, am Feilen. Nee, am Feld. So, dann geh ich mal in deine Kiste. Ungefragt. Mach das. Ach, tu dir kein Zwang an. Hm, vielleicht lege ich mich auch in dem Bett. Tu dir kein Zwang an. Reicht das? Reicht! Locker. Locker reicht das hier. So. So. Ich hab mal den Knochen. Nein! Nein! Scheiße! Fail! Ich muss noch eins tiefer. Fuck. Das ist eine Ausdrucksweise schon wieder. Ja, ich hab mich bewässert. So. Ich würde aber sagen, wir beenden die Aufnahmen, oder? Auch schon wieder. Ja, Wahnsinn. Ja, guck doch mal auf den Daimer hier, ne? Also, das macht grad so weit Spaß. Ich könnte, glaub ich, 20 Folgen am Stück aufnehmen. Das, äh, geht mir gerade aus. Und vor allem, weil so eine Feldarbeit halt auch echt lange auffällt. Das ist ja Perfektionistin hier, ne? So, ich hab auf jeden Fall mal drei Kartoffeln zum Garen. In den Ofen. Oh, sehr schön. Unser Leben ist gerettet mit drei ganzen Kartoffeln. Ja, roh werden sie es nicht, aber... So. So. Wir sollten das nicht lassen. Nein, mein So war ja ein anderes. Mein So war ja ein So, wenn sie gebraten sind, dann hilft's. Aber dein So war ja ein So. Also, bei uns gibt's so einen Spruch. So sagt der Bauer, wenn er noch mal weiter weiß. Ja, ne, meins war jetzt eher so. Ich lass das jetzt so und mach das in der nächsten Folge weiter. Schön, ne? Voll das Loch. Ja, vor allem ein Satz mit fünfmal so. Alter! Ey. Kriegst du Faust drauf hier? Meins war die blanke Faust. Du wolltest schon mit Werkzeug kommen. Fleisch hier. Ja, gehirn für dich. Klapsch. Kotlin am Kopf. So, ja, dann stellen wir uns hier oben hin. Tschüss. Schauen uns unserem schönen Gewächs beim Wachsen zu. Wir sehen scheiße aus wie Blechhütten. Das lässt sich, das lässt sich erändern. Ja. Ich werde mich auf die Suche machen nach einem tollen. Und deine, deine goldenen Haare blitzen durch. Ich steh in dir drin. Du musst was dagegen unternehmen. Was denn? Du musst meinen Skin sehen. Ich seh deinen ja auch. Ich weiß auch nicht, ja, Ines Skin seh ich nur sporadisch. Ja. Und auch nur, wenn ich, wenn ich auf, ja, nee, beim letzten Mal hab ich, ja, okay, ist gut. Tschüss. Das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen, ja. Tschüss. 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 Ah, Nidl Santes. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020